Einen wunderschönen Abend, Nachmittag oder Morgen, je nachdem wann Sie sich das anhören, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur einzigen Late-Night-Show des Tele-Stammtisch. Live aus der Mehrzweckhalle im Internet, dem einzigen Ort, an dem sowas noch erlaubt ist. Begrüßen Sie mit mir Ihren heutigen Gastgeberstuhl. Hallo, willkommen zur neuesten Ausgabe der Tele-Stammtisch Late-Night. Ich bin der Stu, wie es auch schon im Intro zu hören war und wieder an meiner Seite, weil es geht nicht ohne, keine Late-Night ohne ihn, meine persönliche Assistenz, der Max. Hallo Max. Hallo Stu, wir haben heute Jubiläum. Wirklich? Ich wollte mich gerade fragen, welche Ausgabe ist das eigentlich? Welche Nummer haben wir diesmal? Ja, wir haben Nummer 5. Also wir haben es fünfmal geschafft. Bergfest, oder? Ich denke schon. Also mehr als zehn Ausgaben gebe ich uns nicht. Ich habe eh schon beim Buchhalter jetzt Schulden, weil ich gesagt habe, nach Ausgabe 3 ist Schluss. Aber irgendwie sind wir auch noch hier. Aber wir haben ja echt gute Gäste jetzt wieder draußen im Wartesaal. Also eine Person. Achso, ich wollte gerade eben sagen, ja nicht, dass wir jetzt irgendwie so zehn Leute da sitzen haben, die jetzt erst fünf Monate warten. Nee, nee, natürlich haben wir zehn Leute da draußen sitzen, die, also bis, keine Ahnung, bis 2022, März ist ja schon durchgeplant. Aber wir haben auch ein gutes Snack-Buffet, habe ich gehört. Okay, ja dann ist ja alles klar. So, kommen wir mal zum Geschäftlichen. Wir sollen ja immer sagen, was es Neues für am Titel-Stammtisch gibt. Jetzt habe ich aber folgendes Problem. Ich sehe hier auf meine Liste, was gibt es Neues für am Titel-Stammtisch. Und die ist, ja, wir haben ein paar neue Mitglieder. Aber ansonsten ist eigentlich nichts, oder? Das ist, glaube ich, auch das Spannendste, dass wir jetzt vor kurzem wieder einen größeren Schwung an Neuzugängen, wie sagt man, erhalten haben. Und ja, mal gucken, wie die sich so schlagen. Ich habe noch nichts von niemandem gehört. Ja, geht mir auch so. Aber wenn diese Late-Night offiziell erscheint, dann könnte es sein, dass ihr viele neue Stimmen jetzt schon beim Peles-Stammtisch gehört habt. Aber eine Sache. Habt ihr gehört? Entschuldigung. Was? Ich bin ja sehr froh, dass die gute Johanna, die Schlogger jetzt aus ihrer Pause wieder zurückgekommen ist. Also die werden wir jetzt wahrscheinlich wieder öfter hören. Freue ich mich schon drauf. Sollen wir die auch mal einladen? Natürlich. Ich glaube, das wäre auch sehr unterhaltsam. Alles klar. Gut. Schreibe ich mir sofort auf. Schlogger einladen. Vielleicht hört es sich ja und meldet sich freiwillig. Ansonsten, naja, gut. Ja, ich war wieder bei den Checkmates zu Gast. Da bist du jetzt derzeit öfter zu Gast als beim Telehorst. Es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Aber wenn der liebe Kollege Mo ruft, dann eile ich natürlich. Auch Sven ist dabei. Kann ich alles haben, aber für Mo tue ich das. Und vielleicht noch ein bisschen unnützige Eigenwerbung. Habe ich jetzt unnützig gesagt. Egal. Ist wurscht. Hört doch mal beim Telehorst rein. Da gibt es nämlich ein ganz, ganz famoses Chris Battle. Und lohnt sich. Da sind wir jetzt auch die dritte Runde von dreien. Also das große Finale geht jetzt dann online, beziehungsweise ist es vielleicht sogar schon. Ja, gut. Ich würde sagen, machen wir mal hier einen Haken hinter die Werbung und hinter die Information, was den Telestammtisch angeht. Ich würde sagen, es wird Zeit für unseren Gast. Ja. Und ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, dass der heutige Gast ist länger beim Telestammtisch als wir beide. Ja, und ist auch definitiv professioneller als wir beide zusammen. Ja, ihr werdet gleich einen Unterschied vernehmen, weil unser heutiger Gast macht Radio. Also professionell. Also jetzt nicht erschrecken. Aber erst mal ein liebes Hallo und heute reitet sie rein auf einem Koala, würde ich sagen. Hallo, Lina. Ja. Hallo. Ich hätte einen Riesenotter. Ich hätte einen Riesenotter gewählt. Ja, und ich wollte tatsächlich, dass du an einer Qualle wie so ein Fallschirmjäger praktisch, eine Fallschirmqualle reingleitest. Das ist ja noch schlimmer, weil das tut dann weh. Die haben doch ihre, also das, was weh tut, sind doch ihre... Tentakels? Tentakel, genau. Wunderbar. Dass es da ist, das würde mir zu dolle weh tun. Zeigt aber deine Leidensfähigkeit. Das mache ich nicht mit. Genau. Ja, also bitte, finde ich meine Wahl Koala, die sind süß und putzend. Aber die sind so klein. Aber die haben keinen Mundgeruch, weil die den ganzen Tag Eukalyptus fressen. Das ist mir egal. Ich, das ist vielleicht ein kleiner, ja, Funfact über mich. Ich kann nicht riechen. Echt? Ja. Oh. Noch nie. Dann könntest du mal in unser Büro kommen und würdest dich ganz normal fühlen. Ja, also ich weiß auch noch, im Chemieunterricht, als wir dann halt Duftstoffe gemacht haben, nichts. Okay. Oder durch die, wir haben, meine Schule, meine weiterführende Schule war direkt an einem Feld und wenn sie da gedüngt haben, konnte ich als Einzige irgendwie normal sein. Aber dann sind sie gestorben. Und ich dachte mir so, ja, okay. Aber kurze Frage. Aber kurze Frage. Ist das dann nicht auch mit dem Geschmack irgendwie schwierig? Also ist das nicht so gekoppelt? Wenn man nicht riecht, kann man auch nicht schmecken? Oder ist das jetzt irgendwie... Ich habe ja keine Referenz sozusagen. Aber ich kann schon schmecken, aber nicht so feine Unterschiede. Ich kann zum Beispiel so, ob da irgendwie Basilikum oder Petersilie oder was auch immer irgendwie in der Soße drin ist, das kann ich nicht so nach... Das kann ich nicht so rausschmecken. Okay. Hm. Das ist gerade interessant, weil ich wollte eigentlich über etwas ganz anderes reden. Aber gut. Bevor wir weiter mit dir jetzt kommunizieren werden, das klingt gerade so, als wärst du ein Alien. Es tut mir leid. Haben wir einen kleinen Text, einen ganz, ganz kleinen, kurzen Text für dich vorbereitet, der der Max jetzt immer vortragen wird. Und ich sage wie immer, drück aufs Knöpfchen, Max. Ja, und diesmal bin ich ganz schlecht vorbereitet. Ich muss nämlich erst mal öffnen. So. Und los geht's. Wir glauben schon, dass wir es in den letzten Folgen irgendwie hinbekommen haben, so zu wirken, als ob wir wüssten, was wir hier tun. Tja, jetzt haben wir aber das Problem, dass unser heutiger Gast Nina ist. Und die hat Radioerfahrung. Jetzt stehen wir also ziemlich dumm da. Also noch dümmer als sonst. Bringt uns das von unserer Mission ab, euch die Mitglieder des Tele-Stammtisch vorzustellen und uns dabei wie die letzten Honks zu verhalten? Natürlich nicht. Mag sein, dass Nina richtige Radioerfahrung hat. Wir haben dafür aber dieses tolle Rezept für euch. Nehmt eine Scheibe Brot, schmiert, wenn ihr wollt, Butter oder Margarine drauf und als Topping eine Scheibe Käse. Tada! Käsebrot. Da könnt ihr mal sehen, selbst unter Druck liefern wir ab. Bevor ihr jetzt aber in die Küche stürmt, um Käsebrot zu machen, hört euch noch diese Ausgabe der Late Night an, denn wir sind uns sicher, Nina ist interessanter als Brot mit Käse. Hallo Nina. Käsebrot ist ein gutes Brot. Das sag ich dazu. Ja. Okay. Welchen Käse kannst du richtig schmecken? Also es tut mir jetzt gerade leid. Alle. Also das ist ja der Vorteil. Ich war mal mit meinem Vater, mit meiner Schwester, haben wir so eine Autotour durch Frankreich gemacht und mein Vater isst sehr, sehr gerne so Camembert oder so richtige stinkige Käsesorten so. Und da ist meine Schwester total ausgerastet, weil es im Auto so gestunken hat. Und ja. Mich hat es nicht aus. Also ich habe da irgendwie nichts dagegen irgendwie einzuwenden. Ich mag Käse sehr, sehr gerne. Aber ich weiß halt nicht, ob ich irgendwie geschmacklich irgendwas verliere, wenn ich das nicht riechen kann. Vielleicht ist es sogar besser, dann kann ich ja die richtig stinkigen Käsesorten ja essen, ohne dass es mir schlecht wird. Ja, wie wir jetzt schon mehrfach angedeutet haben, bis das dann mit deinem Geruchssinn kam, machst du Radio? Ja, ich mache Radio, aber nicht professionell. Also das wäre zu viel des Guten. Ich mache Radio hobbymäßig. Gut. Naja, aber es ist immer noch professioneller als das, was wir hier gerade machen. Von daher bist du jetzt einfach mal trotzdem unser Vorbild. Also das mit dem Radio zumindest nicht, das mit dem Geruchssinn. Du hast mich damit echt gekriegt. Mein ganzer Kopf hat sich gerade eben so voll eingestellt, das sind die Fragen, die du dir niederfragst. Dann kommt dieser Reveal, ich habe keinen Geruchssinn und mein ganzer Kopf denke ich so, womit man? Was mache ich hier überhaupt? Ich habe sogar irgendwo in den Tiefen des Kellers meiner Eltern ist irgendwo wahrscheinlich noch eine Videokassette von meinem Besuch beim Kals-Nasen-Ohren-Arzt. Die haben mir wirklich in die Nase gefilmt, aber nichts gefunden. Also es liegt nicht an der Nase. Ich habe eine Aufnahme von meiner Darmspiegelung. Ja, das sieht wahrscheinlich ähnlich aus. Stu ist jetzt weg. Ich übernehme jetzt hier mal. Nee, ich dachte nur gerade, warte mal, also wir besprechen noch beim Telestoppisch so ziemlich alles, was filmisch ist. Ach, wie wäre es bei einer schönen Besprechung von Max Rauschers Darmspiegelung? Ja, weil das so spannend ist, da ist wahrscheinlich nichts passiert, oder? Nö, nicht wirklich. Ist ja nicht so ein Grey's Anatomy-Ding, wo halt bei der Darmspiegelung irgendwelche Gefäße bersten und alles voller Blut ist und so weiter. Ich habe einen richtigen Arzt gehabt, der konnte mit diesem Teil dann umgehen, musste sich nicht an ein Drehbuch halten, um mich irgendwie aufzufleddern von innen. Nee, es ging einfach nur darum zu suchen, ob ich Polypen habe oder nicht. Und ja, wie halt so eine Darmspiegelung abläuft. Diese Late-Night-Gerät wirklich komplett außer Kontrolle gerade. Aber ist mal schön, ist echt gut. Okay, nur der Vollständigkeit halber, werde ich jetzt einfach mal sagen, über welches Thema ich gerne mit euch reden wollte, bevor das mit dem Geräuschen kam und mit Max Darm. Ja, und zwar wollte ich gerne mit euch reden darüber, über wie es so ist, wenn man einen Film nicht mag, den gefühlt die ganze Welt aber geil findet. Das kennt doch, glaube ich, jeder, oder? Ja, also ich glaube, ich habe gar nicht den Film angegeben, als ihr mich gefragt habt, den ich eigentlich meine. Mir ist jetzt gerade eingefallen, La La Land, finde ich für den Arsch. Nina, ganz ehrlich, ganz ehrlich, das muss ich jetzt mal loswerden, also bei aller Liebe, geht mir genauso. Dann habe ich einfach nicht die richtigen Leute um mich herum, weil alle finden La La Land so geil und dann guckst du irgendwie auf Social Media immer noch reden, die über La La Land und wie geil das ist. Ich dachte mir so, langweilig. Dieses Phänomen kenne ich aber tatsächlich mit La La Land auch nicht. Da gibt es andere Filme, über die Gott und die Welt spricht und ich nichts dazu beitragen kann. Ich glaube an, in welcher Blase man sich gerade aufhält. Also als La La Land wirklich neu im Kino war, gab es auch so vielleicht so einen Monat, wo wirklich ganz viele La La Land gesehen haben und ihn gut fand, aber dann war dieses Phänomen auch wieder vorbei. Es ist halt immer so, auch gerade bei der aktuellen Comicwelle, also jetzt Superheldenfilme, wo man das hat. Also bestes Beispiel aktuell ist halt The Suicide Squad, den ich jetzt nicht scheiße fand, den fand ich nett, mehr aber auch nicht. Und ich finde das immer ganz ulkig, dass Leute, wenn man ihm dann ganz klar sagt, hör mal, ich fand den Film jetzt nur okay oder ich fand den Film schlecht, dass die teilweise richtig gebuff sind. Und es war auch immer so, was? Das ist doch gar nicht möglich. Ja, das ist immer das Schlimme, wenn man halt einfach nicht den Reiz daran sieht und dann um einen herum alle irgendwie komplett ausrasten. Das war bei mir mit Suicide Squad auch ein bisschen so. Klar, es war besser als Teil 1, nicht als der andere Suicide Squad, ist aber auch kein Kunststück. Aber ich dachte auch so, ja, war ein Film. Das Schöne ist ja... Kommt als Zitat hinten auf die DVD-Box. War ein Film. Was ich ganz schön finde, wir haben ja so einen Fragebogen, den unseren Gast immer aufzufüllt. Und bei der Frage, welchen Film, der kein so gutes Standing hat, den du aber total gut findest, hast du Anna des Silver Lake aufgeschrieben. Und da dachte ich mir so, ich mag die Nina, weil das geht mir auch so. Das ist auch so. Ich habe den Film damals im Kino geguckt und unisono um mich herum alle so, boah, was für eine Scheiße, wie langweilig, was will der Film von einem? Und ich saß diese zwei, zweieinhalb Stunden im Kino und dachte mir so, oh, Film, ich mag dich so gerade so, so, so sehr. Ja, bei mir war es genau. Also ich habe den mit meinem Cousin geguckt und wir haben eigentlich eine sehr, also der meinte auch, boah, total geil, aber er ist auch ein sehr großer, oder war zu dem Zeitpunkt sehr großer Andrew Garfield-Fan. Und deswegen haben wir uns unterhalten und der ist so gut und wir haben so und so viel und sehr gut darüber unterhalten und dann habe ich den für den Tele-Stammtisch, glaube ich, damals auch besprochen. Und Andi war halt so eine Fraktion so von wegen, ja, was will der Film mir eigentlich damit sagen und war okay, aber mehr auch nicht. Und ich war, glaube ich, ein bisschen begeisterter. Aber wenn du mich fragen würdest, worum geht das in dem Film, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das ist einfach ein Film, den man, ich habe das mit Murakami-Büchern von dem Autor Haruki Murakami. Ich liebe seine Bücher, aber ich kann nicht sagen, worum es geht in den Büchern. Es ist einfach vergessen. Es ist so viel, so verwirrend und so, so, ja, so fordernd für den Kopf auch, so mit verschiedenen Strängen, mit verschiedenen Plätzen und die alle irgendwie zusammenhängen und alle eine sehr verrückte, verwobene, verzweigte Geschichte erzählen, dass ich nicht mehr weiß, worum es geht. Ich weiß nur, dass es in L.A. spielt und es ist ein bisschen verrückt. Ich habe von dem Autor noch nie was gehört, da bin ich leider komplett raus. Haruki Murakami-Bor, lesen, sofort. Murakami? Was ist das Lesen? Was, du, du hast noch nie irgendwas gelesen, ist du? Lesen? Ich kenne Laser. Lasern. Meine Augen kann ich lasern lassen. Dann ist das mein, mein Geschenk, einfach Murakami lesen. Ah, okay, vielen Dank, damit haben wir das Geschenk vorweggenommen, aber wir haben ein Geschenk. Yeah! Ja. Voll spontan. Und wenn du Under the Silver Lake magst, dann wirst du bestimmt auch Murakami mögen, weil das ist so ein bisschen die Geschichte, nur halt in Japan. Okay, wie gesagt, ich habe den Namen noch nie zuvor gehört, aber ich bin, was so japanische Kultur angeht, auch nicht auf dem neuesten Stand, sage ich mal. Aber du hast, glaube ich, wahrscheinlich schon einige Murakami-Kurzfilm-Verfilmungen oder sowas gesehen, äh, nicht Kurzgeschichten-Verfilmungen. Da war doch vor kurzem, ist doch irgendeine Geschichte. Burning. Burning, genau, war eine Murakami-Geschichte. Ah, okay. Burning. Naokos Lächeln wurde, glaube ich, wird, glaube ich, adaptiert für das westliche Kino sozusagen, also von Hollywood verfilmt. Es gibt aber auch eine japanische Verfilmung von dem. Mhm. Und es gibt noch ein, ich kann mich, Takashi, nee, irgendwie sowas, also es ist über einen Trompetenspieler. So, hier habe ich schon gedacht, Takeshi ist Karstl. Ja, genau. Nein. Das kenne ich. Also Murakami ist halt wirklich so diese Schiene wie Under the Silver Lake, wo halt wirklich so vielleicht auch ein bisschen so übernatürlich, man weiß es nicht, und versteckte oder so unter der Oberfläche sich spielende Geschichten einfach, hat er immer sehr viel. Und es geht immer um Katzen, also es gibt, es gibt ein sehr schönes Murakami-Bingo, wo halt wirklich, es geht um Katzen. Er hat auch, glaube ich, so wie Tarantino einen Fußfetisch hat, hat er, glaube ich, einen Ohrenfetisch, weil er immer die Ohren der weiblichen Figuren beschreibt. Und dann gibt es halt so, so Kleinigkeiten, die er immer, Jazz, Jazz spielt auch immer eine große Rolle. Okay. Du hattest nicht mehr Ohrenfetisch. Ja, die haben immer so schöne, runde Ohren und mit dem Ohrläppchen bei der einen ist dann irgendwie ein Muttermal oder so, ja. Okay, Murakami, okay, werde ich mir mal merken. Nochmal jetzt zu dem eigentlichen Thema zurück, ich merke das schon, das ist heute die Ausgabe, die ist Kraut und Rüben verloren. Die ist wie ein Murakami-Buch. Es ist so eine Schnitzeljagd in der eigenen Seele. Okay. Ich wollte aber, dass es ein guter Thomas Mann wird. Richtig toll. Okay. Aber wisst ihr, was ich aber auch jetzt finde? Wenn man so eine Person hat, die das wie so ein Emblem vor sich her trägt, so seht mich an, ich mag, was weiß ich, der Pate eins nicht oder so. Das finde ich auch mal ein bisschen dämlich. Auf jeden Fall, ein Freund von mir mag keine Marvel-Filme. Grundsätzlich nicht. Marvel ist scheiße. Da denke ich mir auch so, ja, Marvel ist vielleicht nicht so, ist kein Arthouse-Film oder nicht das aller Originellste, aber es ist doch Popcorn-Kino. Gab's schon immer, wird's immer geben. Das einfach kategorisch abzulehnen, finde ich auch ein bisschen schwierig. Ja. Beziehungsweise immer zu sagen, nein, ich mag das nicht. Ja, also ich sag mal so, wenn denn jemand nach zwölf Marvel-Filmen halt einfach sich entschieden hat, Leute, das mit Marvel und mir wird einfach nichts mehr, dann ist es okay. Aber dann dieses Andauer-Man-Penken, oder man ist gerade im Gespräch mit jemand anderem und hat gerade eben, was ich, Iron Man geguckt oder so. Und dann kommt diese dritte Person und sagt einfach so, Marvel ist scheiße. Das finde ich auch immer irgendwie nervig. Ja, finde ich auch. Beziehungsweise generell sozusagen, es ist scheiße. Außer es geht um Suicide Squad, also den ersten, beziehungsweise den 2016. Vor allem, oh, das ist so bescheuert. Ich glaube, ich habe die Blu-ray mittlerweile auch verkauft. Da steht tatsächlich Oscar-Gewinner Suicide Squad einfach drauf. Und das dürfen sie ja, weil die haben ja einen Oscar gewonnen. Ich glaube, für bestes Make-up oder und bestes Kostüm. Aber wo ich mir denke, oh. Ja, wobei, da finde ich, muss man halt auch so ehrlich sein und sagen, ich meine, sie haben es halt, wie gesagt, auch nur für, sag ich mal, das Make-up bekommen. Und wenn die Leute, die sich da bei den Oscars für Make-up da auskennen, denen den Oscar geben, dann ist es halt so. Das finde ich verschmerzbar. Es gibt ganz, ganz viele Filme, die haben bester Film gewonnen. Ja, also da tut es mir halt mehr weh, wenn sowas die bütliche Mind werben kann, dann mit bester Film. Das tut mir mehr weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Max, was tut dir denn weh, um zu stillen? Den habe ich damals geguckt, aber ich kann gar nicht mehr sagen, worum es da geht. Das ist irgendwie mit so Schizophrenie und so, ne? Ja, Russell Crowe will den Oscar, so kann man den Film grob abkürzen. Und ich kann als Halb-Brasilianerin immer wieder hier, wie heißt er, Gwyneth Paltrow hat der Brasilianerin den Oscar geklaut. Die war für Central, irgendwas, Central City, nee, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß. Und da hat Gwyneth Paltrow für Shakespeare in Love gewonnen, wo ich mir auch denke, nein. Und die Brasilianerin hat so ein volles krasse Drama um eine Frau, die am Busbahnhof in der Hauptstadt von Brasilien Briefe schreibt für Leute, die nicht lesen können oder schreiben können. Und die dann halt mit einem kleinen Jungen, so einem Straßenjungen, und dann erleben sie irgendwie eine Geschichte. Und das ist so die Grand Dame des brasilianischen Kinos. Und die hat da verloren. Und Gwyneth Paltrow hat für Shakespeare in Love gewonnen. Ich mag den Film, aber ob es Oscar-würdig ist? Also ich habe den gerne geguckt, aber mein Gott, das ist nicht die große schauspielerische Kunst. Ich habe an dem Film keinerlei Erinnerung. Ich weiß nur, dass er halt immer wieder daran hingezogen wird, wenn es darum geht, zu zeigen, wie viel Macht damals halt Harvey Weinstein hatte. Weil der hat ja wirklich viel für diesen Film getan. Und da will er auch ordentlich Geld fließen lassen. Also Weinstein hat ja mit so diesen, ja, diese Agenda geschaffen, wie man zum Oscar-Gewinner würde, indem man halt einfach an den richtigen Stellen ordentlich Geld reinfließen lässt für Publicity und sonstige Sachen. Und ja, also Shakespeare in Love ist bestimmt kein schlechter Film. Ich habe ihn, wie gesagt, nur einmal gesehen. Das ist auch lange her. Aber, naja, wobei, ich will jetzt auch nicht wieder hier das Fass auch machen von den Filmen, die Oscars gewonnen haben, obwohl sie es nicht verdient haben. Weil das ist halt eine Diskussion, die zieht sich jetzt schon seit... La La Land. Ja, der hat ihn ja nicht gewonnen. La La Land hat nicht gewonnen. Moona hat gewonnen. Ne, ne, aber die ganzen, also die haben ganz schön viel gewonnen. Ne, die rundherum Oscars. Ich weiß gar nicht, für was haben die bekommen. Wahrscheinlich irgendwie Musik und Regie. Ja, genau. Emma Stone hat, glaube ich. Auf jeden Fall Emma Stone hat gewonnen, ja. Ja, Emma Stone kann meinetwegen alles gewinnen, was sie will. Ja, aber ich denke mir so, ach. Ja, nicht für den Film. Das lasse ich mir, das ist klar. Das ist so wie der Bärenkampf von Leonardo DiCaprio. Den Film habe ich nicht geguckt. Ich dachte mir so drei Stunden, das muss nicht. Das muss ich mir nicht antun. Ja. Oder? Der geht doch mega lang. Also ich glaube... La La Land? Ne, ne, der Bärenkampf. Wie heißt der? DiCaprio da. Revenant. Revenant, achso. Der geht zu seinen zwei Abstands. Also ich glaube, dass sich der länger anfühlt, als er tatsächlich ist. Aber, okay. Ich fand das damals immer so ein bisschen albern. Bei Revenant wurde ja immer wieder gesagt so, boah, der Leonardo DiCaprio, das ist so ein guter Schauspieler. Der hat für den Film sogar wirklich richtige, rohe Büffelleber gegessen. Wo ich mir dann auch nur dachte... Aber der ist doch Vegetarier. Ja, super. Das war, glaube ich, die Argumentation. Wo ich mir aber denke, wenn er ein guter Schauspieler ist, dann soll er ein Stück Kuchen essen und mir verkaufen, dass das rohe Büffelleber ist. Das sehe ich genauso. Wunderbar. Deswegen bist du auch mein erstes Depp. Das ist Schauspielern. Das steht schon im Titel. In der Berufsbezeichnung. Ja. Der Max schauspielte seit ungefähr zwei Jahren, dass er mich gern hat. Da haben wir den Stammtisch. Seit zwei Jahren schon. Seit zwei Jahren? Oh Gott. Warte, was du meinst? Was ist jetzt eigentlich... Also, wie gesagt, es ging jetzt darum, Filme, die man nicht mag, zu mögen. Nee, was? Ich will ehrlich sein. In meinem Kopf schreit mir die ganze Zeit entgegen, sie kann nicht riechen. Wie geht das? Sie kann nicht riechen. Wie macht man das? Es tut mir leid. Also, ich habe gerade das Gefühl, als ob Nina so ein X-Man ist. Tolle Wurst, tolle Fähigkeit. Überleg mal. Ich hätte einmal deswegen fast gestorben. Nicht wirklich, aber irgendwie wollte nach einer Feier waren wir alle, die ganze Familie, irgendwie bei meiner Oma. Und dann hat meine Mutter irgendwie die Würstchen von der Feier nochmal warm gemacht. Und ist ins Bett gegangen. Ist eingeschlafen. Und Stunden später kam dann mein Onkel, der noch bei meiner Oma gewohnt hat. Und die ganze Bude war voller Rauch. Und keiner hat es gemerkt. Weil ich und meine Cousine, die war irgendwie krank und konnte auch nicht riechen. Wir waren halt im Wohnzimmer neben der Küche und haben es halt natürlich nicht gerochen. Und weiter nach hinten war noch nie so viel Rauch. Hätte meine Mama uns beinahe alle irgendwie getötet. Sag mal. Mit heißen Bürstchen. Wenn irgendjemand mal so eine Art Hörgerät für die Nase erfinden würde, würdest du das ausprobieren? Auf jeden Fall. Ich würde es gerne, weil ich muss immer an, ihr kennt bestimmt Artemis Foul. Die Bücher. Ich habe den Film nicht geguckt. Ja, die, die. Da gibt es, glaube ich, in Buch 3 oder Buch 2 ist der Bösewicht, der kann auch nicht riechen. Und der geht dann immer mit seinen Gegnern irgendwie zu so, oder wenn er halt so Geschäfte macht, um halt überlegen zu sein, geht der immer in so einem Lederfärbe-Ding. Der wohnt irgendwie in Ägypten. Und da macht er irgendwie seine Geschäfte und will da irgendwie besser dastehen. Beziehungsweise so, dass die Leute quälen sich da, weil sie halt diesen Geruch nicht abkennen. Und Spoiler Alert, am Ende, da ist ja auch eine Fee dabei. Die kann halt heilen, so kleine Wunden oder sowas heilen. Und sie steckt ihm, glaube ich, die Faust so in die Nase und heilt seinen Geruchssinn. Und auf einmal kann er alles riechen und ist dann halt überwältigt. Und das, seitdem ich das gelesen habe, wünsche ich mir das. Okay, entweder die Fee hat eine kleine Hände. Also seit 20 Jahren oder so. Oder der hat eine Riesennase. Ja, das ist halt eine kleine Fee, ne? Na gut. Also die, ich weiß nicht mehr, wie die Größen so waren. Auf jeden Fall, oder ich stecke ihm einfach nur einen Finger in die Nase. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, steck sie irgendwie entweder die Faust oder den Finger in seine Nase und heilt ihn dadurch. Ja, und das wünsche ich mir. Also würde ich das sehr, sehr gerne nehmen. So ein Hörgerät für die Nase. Ich schaue mal, ob ich beim Weihnachtswichteln des Telestammtisch, ob ich sowas dann irgendwie auftreiben kann. Entweder eine Feenfaust oder eben sowas. Feenfaust, das hört sich nach so einem Sexspielzeug an. Oh Gott, Höhle der Löwen. Ich pitche die Feenfaust. Ich muss ja sagen, ich habe seitdem du das gesagt hast, dass du nicht riechen kannst, so dieses Klischeebild vor Augen, Mann und Frau, Schatz, kann ich das noch anziehen? Das habe ich mit meiner Mama gemacht. Immer wenn ich, also als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, musste Mama immer riechen. Irgendwann wollte sie dann nicht mehr. Okay. Meinst du, du bist alt genug. Und deswegen wird, bevor ich irgendwie mir denke, soll ich anziehen oder nicht, wird es einfach sofort gewaschen. Das ist meine Gegenmaßnahme. Okay. Ja, gut. Meinem Freund tue ich das dann nicht an. Also, wir sind langsam hier am Ende, aber auf jeden Fall muss ich bei unserem Fragenkatadoktor eine neue Frage hinzufügen. Kannst du riechen, schmecken? Ja, nein. Vielleicht. Vielleicht. Bist du ein X-Man. Genau. Bist du ein X-Man. Genau. Ja, Nina, vielen Dank, dass du hier warst und für deine Offenheit. Danke auch an dich, Max, dass du, naja, das ist keine andere Wahl. Bitte. Und ich würde sagen, wir beschließen diese Ausgabe der Late Night mit lieben Grüßen an euch da draußen. Ich sage au revoir und Nina, ich überlasse dir die letzten Worte, da kannst du auch gerne ein bisschen Eigenwerbung noch machen. Tschüss. Ja, also Eigenwerbung, ich habe ein, ich habe zwei Podcasts, beziehungsweise eine Radiosendung und einen Podcast. Und zwar einmal mache ich für das Campusradio Herz 87.9, alle zwei Wochen ungefähr, aber mindestens einmal im Monat eine Comicsendung, wo ich neue Erscheinungen in der Comicwelt bespreche. Und ansonsten mache ich einmal im Monat zusammen mit zwei Freunden aus dem Campusradio auch, machen wir einen Filmpodcast. Das passt ja dann hier sehr gut. Das heißt der Klappencast, die Comicsendung heißt Comic Talk und die findet man auf innervision.de. Da gibt man einfach Kunststoff Comic Talk ein, findet man die und den Klappencast findet man überall da, wo man Podcasts hören kann. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.